Und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu LS22 in Elm Creek. Ich habe euch ja die letzte Folge gesagt, wir wollen die, na sag schon, die Spielzeuge suchen. Ich habe mir dazu auch was rausgesucht, weil sonst suche ich mich ja demnendlich. Ich habe mir auch eine Liste gemacht, weil in Elm Creek ist es so, da gibt es vieles. Und wir können Anhänger finden, Kühe, Mähdrescher, Pferde, Pflüge, Seemaschinen, Schweine, Schafe, Traktoren und Wasserfässer. Wasser-Dinger halt. Und es gibt jeweils, wartet 1, 2, 3, 4, 5, 10. Und wenn wir alles gefunden haben, kriegen wir 1,1 Millionen. 1,1 Millionen. 1,1 Millionen. Wissen Sie, wie viel das ist? Damit können wir shoppen gehen. So, ich befinde mich jetzt, wir gucken mal auf die Karte. Ich befinde mich jetzt gerade hier. Und irgendwo hier soll auch schon das erste sein. Hier oben. Wartet mal. Hier, hier. Hier oben. Dort müssen wir hin. Da können wir uns gleich nochmal ein bisschen die Stadt angucken. Ich fahre einfach mal. Ich fahre einfach mal. Na, Auto? Blödes Schild. Nö. Wir fahren mal und schauen mal, ob ich die alle finde. Ach, hier müssen wir gleich wieder rein. Hui. Und hier sollen die irgendwo sein. No, gucken wir mal. Hallo. Wo sind eure Spielsachen? Spielzeug. Spielzeug. Ich will Geld. Ich weiß auch nicht, wie viel hier rumliegt. Ob das dann alles ist mit einmal oder ob das bloß Teile sind. Komme ich hier dahinter? Äh. Äh. Ich bin zu dick. Ich komme nicht dahinter. Also, schauen wir mal. Vielleicht finden wir was. Ich würde ja sagen, schreit, wenn ihr was seht. Aber ha, ha, ha. Guck mal hier. Kann ich den aufnehmen? Hallo? Ah. Ich habe mal einen Hänger gefunden. Dann ist die Frage, das wäre der rote Anhänger. Dann ist die Frage, sind hier gleich noch mehrere davon oder ist das nur der Anhänger, der hier versteckt ist? Ich schaue mal schnell. Ich schaue mal schnell. Wir werden jetzt bestimmt hier ordentlich rumrennen wie die Blöden. Weil das ist echt massig. So. Na gut. Dann machen wir den Anhänger jetzt weiter. Der eine oder andere hat das bestimmt schon alles gefunden. Und sagt jetzt, oh bist du blöd, dort ist noch so viel. Aber wir haben erstmal den Anhänger. So, da steigen wir dann ins Auto. Und da fahren wir jetzt zum nächsten. Das ist hier unten irgendwo. Wenn ich die Korte... Ah. Hier unten. Hier an der Bahnschiene. Soll noch was sein. Na, da fahren wir mal hin. Rum. Bum, 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 bum. Da fahren wir mal dort runter zur Bahnschiene. Ich muss mir aber mal die andere Korte aufmachen. Soll ich das ungefähr auch hinkriege. Hinter mir ist kein Auto. Das ist so toll. Ich hab die Musik jetzt erstmal ausgemacht. Falls ihr euch wundert. Ähm. Und ob ich sie wieder anmache, weiß ich nicht. Ui, 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 ui. Wäre vielleicht besser gewesen. Ich würde mich bloß putten. Na, das ist langweilig. Nöd. Nöd. Oh, wir parken mal hier an der Seite so. So, wubububub. Aussteigen. So, irgendwo hier unten soll das sein. Na, da schauen wir mal. Hier unten soll jetzt das Grüne und der Orangene sein. Toll, auf der Wiese. Grün und Orange. Ihr seid so scheiße. Ich bin schon so weit? Hä? Hm? Kann man die Tür aufmachen? Nein. Huch. Ja, oder? Hm. In irgendeinem Container? Stehen hier Container rum? Nein, hier sind Container. Aber die Container sind zu. Ich brauche einen offenen Container. Ist das auch ein Container? Der ist aber auch zu, ne? Ja. Ja. Was ist denn hier? Yeah! Ich habe das nächste gefunden. Geil. Gelbe. Der Grüne ist in einem Rohr. Was ist denn das, der Hellgrüne, ne? Ei, der ist hier oben. Und da soll ich hochkommen? Geht das? Ah, nicht gut geht das. Sage ich euch, wie es ist. Juhu. Ist das nicht irgendwo hier? Da, ich sehe ihn. Das ist der Flug. Wir haben den grünen Flug gefunden. Wartet mal, das muss ich mir gleich anmorgern. Also den Hellgrün, denke ich mal. Flug, 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 Flug. Grün, 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 hellgrün. Flug. Und wir haben das orangenen Anhänger gefunden. Das orangenen Anhänger. Ja, ja. Ist schon klar. Yeah! So, aber es fehlt immer noch der grüne Anhänger. Der soll auch oft so ein Ding sein. Und zwar... Dort oben. Ja, halt mal. Soll ich denn dort hochkommen? Ne, so nicht. Wartet, 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 wartet. Irgendwie kriege ich das hin. Das wird schon. Ich kriege das hin. Wenn auch nicht so leicht. Aber ich kriege das hin. So, wartet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier rüber. Und jetzt hoch. Hier oben. Da ist er. Das ist der grüne. So, nun weiß ich aber nicht, ob ich jetzt den grünen Flug gefunden habe oder den hellgrünen. Ah, das werden wir ja dann sehen. So. Wo muss man jetzt hin? Jetzt müssen wir da runter. Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt teleportieren. Das geht einfach schneller. Das ist nämlich hier unten. Besuchen. Hallo. Und zwar soll der hier gleich sein, der blaue. Irgendwo hier. Ne, andere Richtung. Irgendwo hier. Hier liegt ein Hammer. Zählt der auch? Ne, den kann ich bloß anfassen. Oh, guck mal. Er fährt. Das fährt er. Das fährt er. Gib mir das Pferd. Das fährt nicht. Jetzt. Ne, wir haben ja so rang schnell ein Pferd schon gefunden. Gleich abstreichen. Sonst suche ich das dann nochmal. Und finde es nicht. So, da haben wir das Pferd. Aber das, deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier. Ich bin hier wegen dem blauen Traktor, äh, Anhänger. Traktor. Er soll hier sein. Ich gucke mal. Spickzettel. Ich seh'n. Ich bin doch doof. Ja, manchmal, ne? Das wäre der blaue. Ja, wir kriegen jeweils tausend pro Spielzeug. Plus, wenn wir das fertig haben, glaube ich, hunderttausend. So, und jetzt müssen wir hier rüber an den See. An den See. Und dort ist das nächste. Wir sind doch Spielzeugjagd. Wir sind doch Spielzeugjagd. 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 Ja, 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 ja. Da ist der Lilane. Irgendwo hier am See. Hier müssen doch gleich Wasser kommen. Ah, hier ist Wasser. Also, eigentlich so ziemlich genau hier. Gib den Anhänger raus. Mhm. Das hab ich auch gesehen irgendwo. Genau. Jetzt nehm ich noch der gelbe Pflug. Der gelbe Pflug. Hammer. Ja, auf der anderen Karte ist das ein bisschen anders. Ein bisschen weniger, glaube ich. Aber von der Geldsumme dürfte es das gleiche sein. Ich hab ein lilanes Boot. Zählt das? Oh, sag mir nicht, das ist ja in dem Boot. Was ist drinne? Nö. Nö, nö. Ich bin Moses. Ich kann über Wasser gehen. Hm. Na, ich hab schon eine Kuh, ein Pferd, glaube ich. Und ein Schwein gefunden. Jetzt bin ich ja fast rundherum. Oh, das muss dort vorne sein. Laut Beschreibung, laut Krotte ist das dort vorne. An dem Häuschen wahrscheinlich. Mal gucken gehen. Mal gucken gehen. Mal gucken. Ich brauch einen lilanen Anhänger. Hast du einen lilanen Anhänger hier eigentlich? Nein, hat er nicht. Du? Nein. Ich will nicht schon wieder das Bild angucken. Ich will das so finden. Nein. Manu. Was? Mannu! Hä? Hier ist kein Schneemann. Ziemlich verarschen. Das ist doch gar kein Schneemann. Wo habt ihr das Lieder in der Burt? Hä? Oder hat er das hier reingeschmissen? Angeblich laut. Soll hier ein Schneemann drinnen sitzen? Und... Ei, ich bin doch doof. Guckt mal, was hier sitzt. Ein Schwein. Wir haben ein Schwein gefunden. Ein Schwein. Ein orangenes Schwein. So. Aber das Boot ist nicht hier. Also... Ach, was will ich denn da mit dem Boot? Anhänger. Der ist nicht hier. Im Wasser liegt auch nichts, oder? Ich habe hier ein Bild von dem Schneemann in dem Boot drinnen, der den Anhänger hält. Da ist kein Schneemann. Und kein Anhänger. Das ist ja natürlich doof. Ich hoffe, den finden wir trotzdem noch. Na gut, wir gehen erst mal zum nächsten. Das wäre... Ach, nö. Das wäre hier oben. Wartet mal. Oh, weiter. Sehr schön. Das wäre hier. Sollen wir hier hingehen? Und dann wäre das... Hier unten irgendwo in der Ecke. Das wäre der hellblaue Anhänger. Soll hier irgendwo sein. Laut meiner Karte, ne? Also... Haben Sie jetzt gerade schon gemerkt, dass es nicht ganz so hinhaut? Komm, dein Auto. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Das war ein Elektroauto. Ganz schön leise. Vielleicht haben Sie hier noch was anderes versteckt? Das ist natürlich jetzt doof, ne? Summe mal den... hellblauen. Cayenne. Azur? Ist das Azur, oder? Na, hellblau habe ich ja gar nicht. Blau? Den müsste ich ja schon haben. Was soll das denn sein? Ich und mal suchen. Oh, hier ist auch was anderes. Ne, das ist... Nein. Das ist nichts. Das ist nichts. Hahaha. Vielen Dank.